Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Energiekrisen ist mein Thema und wie können wir sie lösen? Hauptlösungsansatz ist bei mir der Dual Fluid Reaktor, also ein neuer Kernreaktor und da muss ich aber ein paar Worte dazu sagen, damit man versteht, warum ich da so engagiert unterwegs bin. Aus für Gorleben kann ich einiges zu sagen, machen wir es mal ganz schnell, damit das hier möglichst schnell durchgeht. Die Gorleben, aber auch Konrad entsprechen weder dem Stand der Technik von heute, geschweige denn dem Stand der Technik von 1970. Stand der Technik, Stand von Technik und Wissenschaft ist aber eine Nehmungsvoraussetzung. Und weil das beides nicht gegeben ist, und zwar im Bereich Qualitätssicherung und Dokumentation, das arrogante Bundesamt für Strahlenschutz meinte, ich zitiere einen Präsidenten wortwörtlich, wir sind eine Bundesbehörde und haben immer recht. Wäre Gorleben nie mehr durch die Genehmigung bekommen und deswegen ist es 21 von Frau Merkel von der Bühne endgültig runtergezogen, das wird aber auch für Konrad demnächst auch passieren. Wie gesagt, Qualitätssicherung hätte von Anfang an gemacht werden müssen und ich gehe jetzt mal in ein Gutachten, Wissenschaftsrat vom Mai 2006 rein. Da war Gabriel Umweltminister, dieses Gutachten ist aufgrund eines Gesprächs zwischen Herrn Dr. Rauscher von Vattenfall, Vortragsvorsitzender und mir im Spätsommer 2003 entstanden. Ein Wissenschaftsrat wird üblicherweise vom Bundestag beauftragt, dort wo der Bundestag bzw. die Bundesrepublik Gelder hingibt. Dieses Gutachten vom Wissenschaftsrat ist das vernichtendste Gutachten, was bis 2006 je vom Wissenschaftsrat geschrieben worden ist, über das Bundesamt für Strahlenschutz, also Zuständigkeitsbereich Bundesumweltministerium, damals Herr Gabriel. Ich gehe jetzt relativ schnell mal einige Zitate durch, ich fasse das in einem Satz zusammen, Qualitätssicherung hat nur rudimentär stattgefunden und wenn überhaupt nur im kaufmischen Bereich. Und das bitteschön für eine kärntechnische Anlage. Selbiges gilt natürlich auch für Dokumentation, die sehr lückenhaft ist, das überspringe ich. Brandler Seismos ist eine Firma gewesen, die geologische Untersuchungen gemacht hat für Erd- und Erklasse-Firmen und für das Bundesamt für Strahlenschutz. Die ist, ja ich sag's mal, im Rahmen der Wende vertickt worden, war eine bundeseigene Firma, um Geld zu generieren. Und diese Firma hat sich dann die fünf Jahre danach aufgelöst, hat alle ehemaligen Auftraggeber angeschrieben, holt eure Unterlagen, wir schließen. Und irgendwer hat diese Unterlagen nicht abgeholt, nämlich das Bundesamt für Strahlenschutz. Die Unterlagen sind in Schredder gegangen, allein für Borleben, geologische Unterlagen, das sind die wichtigsten Unterlagen im Zusammenhang mit Entlagerungen überhaupt. Allein für Borleben vier Container zu 20 Fuß, also zwei große Möbelwagen mit Anhängern. Wer war Mitte der 90er Jahre der zuständige Bundesumweltminister? Der Name ist eben schon gefallen, es war nicht Gabriel. Frau Merkel hat das 23 von der Bühne gezogen, warum? Weil sie 95 Umweltministerin gewesen ist. Das musste sie unbedingt noch erledigen, bevor sie keine Macht mehr hat. So, dann gehen wir ganz kurz mal drauf an, Wind, Sonne und Co. sind keine Lösung, sondern Irwig für einen Industriestandort. Die Industrie wandert übrigens ab. So, ein paar Windräder hier, Kölner Nomen, alles maßstabsgerecht. Inzwischen sind wir bei Windrädern, die durchaus im Bereich Berliner Fernsehtraumhöhe angekommen sind. Und warum werden die immer höher? Man kann es sich vorstellen, wenn wir ganz links gucken und ganz rechts, dann können wir natürlich zwei Windparks in einem machen, nämlich unten die kleinen und oben die großen Windräder. Das ist tatsächlich vorgesehen, stand gerade in der Welt am Sonntag. Windschleppen, das ist ein Lieblingsthema hier an der Küste. Windschleppen sind gerade hier im Flachenland bis zu 70 Kilometer nach hinten messbar. Fünf Kilometer hinter dem Windpark, hinter dem Windrad auch sehr deutlich. Und wenn ich als Schessnerflieger einen Windpark vor mir sehe, ohne Nebel, dann mache ich trotzdem großen Bogen drumherum, weil die Verwirbelungen tatsächlich für den Schessner gefährlich sind. Und die Tierchen, die dort flattern, fliegen, meisen und ein kleineres, die haben ähnliche Probleme wie die Schessner. Und wenn die dann ordentlich durchgerüttelt worden sind, dann haben die an dem Tag keine Lust mehr zum Sex. Am nächsten Tag, wo man die immer noch in demselben Gebiet, werden wieder durchgeschüttelt und irgendwann ist Ende mit Nachkommen. Ja, das ist nicht nur Glyphosat, sondern das sind sicherlich auch unsere Windräder. Speicherbedarf. Windräder funktionieren ja nicht immer. Speicherbedarf. Habe ich hier mal ein paar Eckwerte aufgestellt, um die demnächst wieder anstehende 14-Täge-November-Dunkelflaute zu überwinden für den Standort Deutschland. Vorausgesetzt, keine Kohle und ähnliche Kraftwerke mehr, brauchen wir ein Speicherbecken von der Größe des Bodensees, als Oberbecken, als Unterbecken mit 3000 Meter, also Zugspitzniveau, Höhenunterschied. Da wir diese Höhenunterschiede nicht mehr haben, wir leben hier in Deutschland und nicht im Himalaya-Gebirge, müssen wir das auf übliche Talsperrenhöhe runterrechnen, sagen wir mal 50 Meter. Das würde bedeuten, wenn ich das runterrechne, nach Lieschen-Müller-Milchmädchen-Rechnung, ich brauche den gesamten deutschen Wald, 50 Meter überflutet, auch den in Schleswig-Deutschland. Egal ob da ein Dorf oder eine Stadt im Tal oder im Wald, ist völlig egal. Dann kommt immer wieder die tolle Lösung Power to Gas, bedeutet, ich brauche drei Windräder, Elektrolyseanlage, ein Verdichter, um das Gas in eine Kaverne reinzupressen und ein konventionelles Gaskraftwerk. Und hinten kommt dann die Energie eines einzigen Windrades raus. Das ist ein Wirkungsgrad, so um die 30 Prozent mehr ist es jetzt. So, Pumpspeicherwerke noch mal ganz kurz. Pumpspeicherwerke ist der größte Betreiber, der hat ungefähr 40 Prozent der Pumpspeicherkapazität in Deutschland. Das reicht gerade mal, um nur Berlin zwölf Stunden lang mit Strom zu versorgen. Dann wird es auch in Berlin dunkel, der Rest der Republik ist dann eh schon seit zwölf Stunden dunkel. Das ist Okertalsperren, nehme ich üblicherweise, wenn ich ein bisschen weiter südlich vortrage. Aber interessant, alle Talsperren im Westhals zusammen sparen uns ganze zwei LKW Braunkohle am Tag. Wenn man weiß, wie viel ein Braunkohlenbagger im Rheinischen Revier wegschafft, dann sind das 250.000 Kubikmeter am Tag. Die Saarekaskade, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf einzugehen, enthält die größte und dritte oder viertgrößte Talsperren der Bundesrepublik plus weitere Talsperren. Und die gesamte Stromerzeugung dieser Saarekaskade, Saare kennt jeder, fängt in Bayern an, geht durch Thüringen und irgendwann in die Elbe. Und guten Wein gibt es da auch. Reicht gerade, und das kennt dann wieder keiner mehr, für ein Drittel der Strombedarfs des Gewerbegebietes in Unterwellenborn. Soweit kommen wir also mit dem Strom. Das ist die Saarekaskade im Modell im Museum des Ziegenrück. So, Windpark. Berlin braucht ungefähr ein Kraftwerk von 1,5 Gigawatt. Leistung für die Stromseite. Für die gesamte Energiebeseite bräuchten sie fünfmal so viel. Nur für die Stromseite 1,5 Gigawatt. Kraftwerk. Als Windpark bleibt von Berlin nicht viel übrig. So, Kohlekraftwerk, Kahnkraftwerk, jeweils mit Gewinnungskubel die Fläche angesetzt. Und der Nubal-Fluidroeraktor, der gleich kommt, dann eben auch entsprechend von der Größenordnung her. Temperaturen bei Solarpanels durchaus im wärmeempfindlichen Bereich von knapp 50 Grad. Wir beklagen uns bei großen Parkplätzen über die Fläche, die dort in der Innenstadtlage stehen. Hier machen wir es richtig schwarz und haben natürlich auch richtig gute Temperaturen. Erntefaktor. Wenn ich ein Energiesystem schaffen möchte, und darum geht es, ist nicht die Frage, wie viel kostet das, sondern wie effizient ist das? Wie viel Energie muss ich zum Baubetrieb und letztendlich auch zum Abriss einsetzen, über die gesamte Lebensdauer? Also nicht nur ein Jahr, sondern über die gesamte Lebensdauer. Und wie viel Energie kriege ich raus? Und da sehe ich ganz kurz, für die bisherigen Kernkraftwerke ist dieser Faktor 75, Out-of-Baut, das ist immer ein Daumenwert. Für Talsperren und Fossile liegt er bei um die 40. Bei Wind liegt er nur noch bei 4, inklusive Speicher. Und bei Solarpanels bei unter 2. Bei 1 macht es keinen Sinn, dann würde ich nämlich über die Lebensdauer genauso viel Energie reinstecken, wie ich rausbekomme über die 20 Jahre, oder je nachdem, wie lange es hält. Bei 1 ist es 1 zu 1. Wir haben durchaus Systeme, die unter 1 liegen. Taschenlampbatterien zum Beispiel. Aber das ist ein besonderer Anwendungsfall. Auf die Art und Weise möchte ich also kein Industriestandort betreiben. Installierte Leistung ist auch nicht verfügbare Leistung. Windräder am Land erzeugen nur Volllaststunden von ungefähr 20%. Manchmal stehen sie, manchmal drehen sie sich nur mit halber Kraft, nur ganz selten mit voller Kraft. Aber das kann ich natürlich so rechnen, als würden sie sich wie viele Stunden im Jahr Volllast drehen. Und dann kommen 20% Volllaststunden. Bei Photovoltaik nachts ist es dunkel, muss es weniger sein, ist es auch. Und wenn ich Wind in der Nordsee nutze, um München mit Strom zu versorgen, ist das auch nicht unbedingt der Hit. Pumpspeicherwerk, Power to Guess, wie groß der Wirkungsgrad ist, ganz kurz genannt. Also es geht nicht das, was reingeht, auch hinten in München raus. Das sieht nicht so gut aus. Dann der Tag, an dem der Sprung knapp wurde, wenn man darüber diskutiert, warum aus Deutschland die Industrie verschwindet, Deindustrialisierung nicht erst seit drei Tagen. Ich habe hier einen FAZ-Artikel von 2019. Inzwischen sind wir bei 73 Mal im Bereich von Stunden, wo wir den Brownout haben, wo man einfach große Verbraucher abschaltet. Und einzelne Betriebe sind im Jahr 43 Mal, also quasi einmal die Woche davon betroffen, dass die in Deutschland nicht mehr investieren. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die Arbeitsplätze kommen auch nie wieder nach Deutschland zurück. Da war übrigens vor 14 Tagen genau da wieder auch ein Beitrag in der Welt absonder. Und das ist, wie gesagt, ich betone das immer nur, der Strom 20%. Normalerweise ist jetzt hier eine Pause, die überspringen wir. Ich habe da aber eine Anmerkung dazu. Ganz kurze Anmerkung. Ja, und zwar zu dem, was du gerade gesagt hast, das mit dem Brownout. Es ist ja nicht so, dass die Firmen, die dann abschalten müssen, ihre Produktion darunter finanziell leiden, weil sie kriegen das ja erstattet. Das kommt auf die Verträge an. Ja. Aber normalerweise gleicht das nicht aus. Aber was ich damit sagen will, ist, dass deren Ausfälle in der Regel kompensiert werden. Und diese Kompensation ist aber Bestandteil unseres Strompreises, den wir bezahlen. Das sicherlich, aber die Vollkompensation findet nicht statt. Und je öfter das passiert, umso weniger wird zum Beispiel Trimed begeistert sein, in Deutschland weiter zu produzieren. Das heißt, wir müssen dann unsere Autos wieder aus Holz bauen, weil die Stahl- und Aluminiumproduktion nicht so richtig funktioniert. Die Lösung, der Dual-Fluid-Reaktor. Denkproblem habe ich drunter geschrieben. Ideologie-Problem. Das steht auch auf dem Flyer, den ich da noch liegen habe, damit man ein bisschen was in der Hand hat. Warum denken wir heute über neue Kernkraftwerke nach? Die Windräder drehen sich doch. Zu den Windrädern habe ich was gesagt. Das gilt natürlich für die anderen Elemente unserer Energiewende ganz genauso. Warum sind wir ausgestiegen? Es gibt Probleme mit der Beherrschung, siehe Fukushima und Chernobyl. Terrorziele können wir nie ganz vermeiden bei den Generations-1-Reaktoren, die wir momentan haben. Und Abfallproblematik über Hunderttausende, man könnte auch über Hunderttausende Jahre sagen. So, das ist aber eine Entwicklung von 1940. Atombombe Hiroshima und Nagasaki. Beziehungsweise dann einfach nur vergrößert in den 1970er Jahren. Das sind alles Kernkraftwerke der ersten Generation. Warum sollten wir wieder einsteigen? Wir sind inzwischen bei der Generation 4+. Neuerdings wird 4+, auch als 5 bezeichnet. Generation 5 kann uns rein von der Physik her nicht um die Ohren fliegen. Genauso wie jetzt hier im Raum gleich keiner ersticken wird, weil der ganze Sauerstoff sich nebenan konzentriert und hier kein Sauerstoff mehr ist. Das ist physikal schon möglich. Dann baut dieser Reaktor in seiner, ich hatte eben für Berlin 1,5 Gigawatt gesagt, baut solch ein Reaktorkern 3 Meter im Durchmesser 3 Meter hoch. Die Deckenhöhe reicht nicht, sonst würden wir hier tatsächlich 4 solche Reaktoren reinbekommen. Würde also für Berlin schon reichen. Die Turbinen und sowas sind natürlich dann noch nicht da drin, nur der reine Kern. So, und nutzt alles, was in irgendeiner Form strahlt. Also vorzugsweise natürlich unsere vorhandenen Abfälle. Wir brauchen kein Endlager mehr und allein aus den Abfällen, allein aus den Abfällen könnten wir Deutschland in Vollversorgung für weit über die nächsten 100 Jahre quasi CO2-frei mit Energieversorgung, als Vollversorgung. Also Strom, E-Fuels, Raumwärme, Prozesswärme und, und, und. Was wir sonst noch so an Energie haben. Und die Schwiegermutter muss nicht mehr auf dem Fahrrad vor dem Fernseher trampeln, damit Nackensturm da ist. So, Energie, müssen wir uns auch mal im Klaren sein, ist im Grunde genommen der Schlüssel für unseren Wohlstand. Wir haben Tausende von Jahren bis vor 200 Jahren immer nur mit unserer Muskelkraft gearbeitet, bestenfalls noch mit dem Pferd. Und erst seitdem wir Maschinen mit Energie betreiben können, ist der Wohlstand gewachsen. Und zwar weltweit. Hier in Mitteleuropa natürlich besonders stark. So, das überspringe ich, das sind immer Energiedichten, die habe ich mal hier, damit sie etwas besser lesbar sind, ein paar Energiedichten einfach aufgeschrieben. Lithium-Ionen-Akku unter 1, Megajoule pro Kilogramm, Dieselheizöl, Wasserstoffmolekular und Atomar liegen wir im dreistelligen Bereich und wir merken, bei Kernspaltung und ähnlichen liegen wir deutlich darüber, bis in den Bereich von 80 Millionen Megajoule pro Kilogramm. Und da liegt des Pudels Kern drin. Und das ist der DFR. Man sieht, wie groß das Teil baut. Da ist der Mensch. Da ist die Kuh. Größer ist so Teil nicht. Das hier ist der Kernreaktor. Drei Meter hoch, drei Meter im Durchmesser. Das hier ist der kerntechnische Bereich. Hier wird die Asche gelagert. Und wie lange muss sie gelagert werden, weil es 100% in der Technik gibt, nicht gibt. Sie muss 100%, maximal 300 Jahre gelagert werden, um das Niveau, was wir hier draußen sowieso an Strahlung haben, wir haben überall Strahlung, dann erreicht zu haben. Und dann kann es als wertvolles Industriemetall, als Zerfallsprodukt genutzt werden. Das sind natürlich dann, man hat ja immer gehört, wenn es zerfallen ist, ist es Blei. Es ist nicht nur Blei, sondern es ist irgendein knapp unter den radioaktiven Elementen befindliches Metall, was in der Industrie durchaus sehr begehrt ist. Das hier unten brauchen wir nicht. Das ist eine reine Zusatzmaßnahme, damit ich den Reaktor auch mal leer laufen lassen kann. Also untertrittisch wird in viele kleine Behältnisse, sodass die Kettenreaktion unterbrochen wird. Und hier bei dem größeren Reaktor habe ich auch noch eine polysemische Verarbeitungsanlage. Das ist einfach nur eine ganz kleine Destillationsanlage, um den Kernbrennstoff durchzudestillieren und die Asche rauszuholen. Gehe mal ein Bild weiter. Das zeigt das nochmal schematisch. Das ist der Kern des Kernreaktors. In den Röhren, wie in eurem Badezimmer, zirkuliert der Brennstoff. Vorzugsweise Metallchlorid, also Uranchlorid und andere radioaktive Metalle als Chloridsalz, zirkuliert dort drin mit hoher Energiedichte und wird dann gekühlt durch flüssiges Blei, was von unten reinströmt, um die Röhren rum, rum, oben raus und dann außerhalb des kerntechnischen Bereiches die Wärme zu welchem Zweck auch immer abgibt. Da kann man Wasser mit warm machen und, und, und. chemische Prozesse letztendlich natürlich ganz zum Schluss auch noch das Badewasser warm machen. Wir hatten vorhin den Erntefaktor, da hat man als größtes im Grunde genommen Kernenergie heute nämlich den Leichtwasserreaktor mit 75 und der Nual-Fluid-Reaktor hat dann einen Erntefaktor von 2000, wenn ich ihn mit kerntechnischen Abfällen betreibe. Das ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ich könnte auch Kernwaffen damit vernichten und dann geht das bis auf 7000 hoch. Das ist aber nicht das primäre Ziel da haben von Putin und anderen Leuten auch in Pakistan was da geht. So, das war die eine Lösung und das ist die andere Lösung. Das sieht mir aus wie aus Baumachstum Notfallaggregat. Das sieht nicht nur so aus, das ist es auch. Tank abgebaut, Vergaser abgebaut und eine Elektrolyseanlage daneben gestellt. Auf eine ganz spezielle Art und Weise zerlege ich das Wasser in, und deswegen hatte ich das vorhin genannt, atomaren Wasserstoff und Sauerstoff. Der hat einen höheren Energieinhalt und die Elektrolyseanlage ist so konzipiert, dass sie auch noch eine kosmische Strahlung, vermutlich die Neutrino-Strahlung zum Zerlegen nutzt. Und wenn ich dann so ein Notstromaggregat habe, Gasserzeuger braucht aus dem Notstromaggregat 700 Watt bei dieser Größenordnung für den Loop, um die Gasproduktion aufrechtzuhalten. Jeder weiß, dass der mehr als 700 Watt liefert. Der liefert nämlich nochmal so viel, wie ich auskoppeln kann, plus die Motorherme. Ich habe also ein kleines Blockheizkraftwerk, aus dem ich 700 Watt für den Loop auskopple und dann läuft das Ding. Das kann man nächstes Jahr am 10. Juli in Osla in der Alten-Schlosserei im Randelsberg-Museum nicht nur hören, sondern sich auch angucken. Die Zusage habe ich schon. Da ist eine Energietagung, die ich mit Professor Beck zusammen veranstalte. Ich habe also zwei Lösungen alleine bei mir in der Hinterhand. Du als 20 Kilowatt, 40 Kilowatt etwas größere Sarte gerade noch hochschrauben. Wir sind gerade dabei, die Teile zusammenzustellen. Das ist aber nicht vom Hörensagen, das Ding läuft. Ich war selber dabei. Videos und Texte sind normalerweise, da kann man alles mitmachen, aber ich habe es kontrolliert. Es funktioniert tatsächlich. Im nächsten Jahr wird es gezeigt. Steht der Juli, könnt ihr euch schon merken. Ich habe noch mal eine technische Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, da wird atomarer Wasserstoff aus dem Wasser durch Elektrolyse. Aber eine spezielle Art von Elektrolyse. Aber was wird dann mit dem Wasserstoff, was geschieht mit dem Wasserstoff? Der wird dann wie dem Motor verbrannt. Ach so. Gleich mit dem passenden Sauerstoff zusammen. Okay. Erzeugt dann Motor, Wärme und Strom. Und ein Teil des Stromes muss wieder zur Zerlegung des Wassers genutzt werden. Ja, ich muss immer nur Wasser nachfüllen. Okay, also eigentlich ein Wasser. Wassermotor als solches ist richtig, ja. Der könnte also auch in ein Auto eingebaut werden? Ist schon in ein Auto eingebaut worden. 2,8 Liter Wasser auf 100 Kilometer. Perfekt. Stanley Meyer. Gibt es da eine Webseite für den 10. Juli? Noch nicht, aber unter www.ibanis-osla.de werdet ihr da Informationen zu bekommen. So, wir müssen langsam schlafen, dann schaffen wir das Schiff, das Gefühl, das Sie in der Untertitelung des ZDF für funk, 2017